Musik Alles klar, Joe. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf, Jutag fürs Dabeisein und erhol dich, Jut. Hau rein! Ich kann jetzt nicht umkehren. Ich muss in dieses Büro. Ja, dann gehen wir in dieses Büro. Oh. Jetzt komm schon. Geschafft. Mist, ich bin paranoid. Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzerwagen? In diesem Büro. Und los geht. GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Hat sie nicht gerade zu Hause gehabt? Hol das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Okay. Ich möchte sagen, tu das nie wieder. Aber da du ohnehin nicht auf mich hörst... Hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry. Es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also, reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja. Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber... Warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was... Was immer das ist. Ja. Ich werde recherchieren. Also, ich dachte... Wie wäre es? Wir als Team? Äh... Du als meine Gehilfin? Äh... Wie... Spider-Girl? Spider-Woman. Nein. Woman. Kein Zeitkick. Als Partnerin. Oh. Oh nein, nicht schon wieder! Hey, dein Verbrechenssystem, Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Hm. Kommt mir bekannt vor. Oh! Oscops Finanzchef! Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hä? Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Äh... Wo soll ich sie denn... Die... Couch wäre okay. Dann... Sehen wir uns später? Ja. Sehr nice. Hey, ich bin's. Das Curry ist gut. Was wissen wir über Charles Standish? Mal sehen. Finanzvorstand bei Oscorp. Bereits seit 20 Jahren im Unternehmen. Single. Bekannt für seine Kunstsammlung. Und wenn er in diesem Gebäude ein Penthouse besitzt, muss er super reich sein. Wenn Lee hinter ihm her ist, dann wegen des Teufels Atems. Okay, ich werde die Akte durchsuchen. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Ich glaube, Lee könnte etwas noch sch... Angekommen. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Nö! So was nicht geplant, aber mega. Oh, ist ja vom Auto gefallen. Da kriegst du auch noch eins. Oh, ich bin's. Das ist immer noch nicht platt. Also, ey, du schießt die Polizei nur mit Platzpatronen, ne? Verdammte Terroristen. Danke für die Hilfe, Spider-Man. Er bitte vom Spruch. Immer, immer. Drin sind vermutlich noch mehr. Wir schauen mal nach. Da hat es jemand eilig. Spider-Man! Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden. Schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Er wohnt in den Händen aus Obersterstock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Ich bin sicher, dass ihr da seid. Voll erwischt. Oh, mies von euch. Ganz mies von euch. Jetzt gehen wir in keine gute Richtung. Und wir gehen. Wir helfen. Wir helfen. Wir helfen. Wir helfen. okay das bringt gar nichts der ein glück gehabt okay flucht 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 erstmal flucht das sind zu viele auf einmal takedown nein du nicht schnauze ich lasse mir auch keine zeit mal einen platz zu machen ich komme gerade hinterher aber easy hey ihr arbeitet auch hier die parkplätze werden aber echt gut kontrolliert du arsch lass mich doch kämpfen oh 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 jetzt kommen sie geil der wille war da so geht nichts sie wissen dass ich hier bin vielleicht kann ich den aufzug schacht hochkrabbeln das würde was kommen probieren von hier aus müsste ich eigentlich ins penthouse kommen hier aus hier aus hier aus Okay, fast geschafft. Aus dem Licht bleiben. Okay, tut mir das weh, wenn mich das erwischt? Bin mir nicht sicher. Stimmt, oder? Komm, du kannst auch mal raus, da. Was kommt? Alter, wie hoch ist dieses Scheiß? Gebrühe. Brandbomben? Im Ernst? Die kommen doch nicht wieder, oder? Nicht gut. Da ist Standish. Okay, und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Er klingt nervös. Vielleicht sollte ich ihn ausschalten. Einer nach dem anderen. Nein, ich wurde gesehen. Sicherheitsverstoß. Stand der da oben die ganze Zeit schon, da? Hü, kommst du denn her? Er, ich bin jetzt noch. Ich bin jetzt noch. Untertitelung des ZDF, 2020